Musik Theodor Fontane Am Waldessaume träumt die Föhre, am Himmel weiße Wölkchen nur. Es ist so still, dass ich sie höre, die tiefe Stille der Natur. Rings Sonnenschein auf Wies und Wegen, die Wipfel stumm, kein Lüftchen wach. Und doch, es klingt als Ström ein Regen, leist tönend auf das Blätterdach. Märkische Landschaften und Textilbilder, der Himmel so weit, eine Wanderung durch das künstlerische Schaffen von Ulrike Seide. So der Titel der neuesten Ausstellung im Kleinmach-Noir-Rathaus. Musik 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 Mit Tönen, mit Farben malen. Musik 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 Lebensfähigkeit für sich selbst und so entsteht unter ihrer Kreide während ihrer Schulzeit manch professionelles Tafelnbild zur Entlastung der etwas weniger begabten Lehrkräfte. Sie ist Gründungsmitglied der Kunstmeile Stansdorf und viele von Ihnen, liebe Gäste, kennen Sie sicherlich vom Teltor, Kunstsonntag oder auch dem jährlichen Tag des offenen Ateliers her, wo sie ihren klingenden Garten für Sie öffnet und verdeutlicht, Gesang und Malerei gehören zu meinem Leben. So begleitet sie ihre Ausstellungen häufig mit Gesang und Gitarre. Das geschieht alles neben ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit an einer Sonderschule. Ulriches Lieblingsmotive sind natürlich naturverbunden, wie sie es selbst ist. Bäume, Wolken, Himmel und Wasser. Einerseits in ihren Stimmungen, aber auch die Architektur auf der anderen Seite. Ich denke dabei besonders an ihre Bilder, auf denen man die Brücken der Umgebung oder auch die Plattenburg wiederfindet. Ich möchte einfach ganz kurz nur erzählen, wie ich zu dieser Ausstellung gekommen bin. Eine geraume Zeit habe ich mich vorbereitet auf diese Ausstellung, aber es kamen immer wieder andere Termine dazwischen, andere, manchmal vielleicht auch Ungereimtheiten oder andere Schwierigkeiten, andere Pläne, sodass es nicht zu dem Zeitpunkt klappte, wo es ursprünglich angedacht war. Im Nachhinein kann ich nur sagen, es war gut so, denn manches Bild wäre nicht entstanden und manche Musik hätten wir vielleicht heute nicht zu Gehör bekommen. So möchte ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen, erst einmal Ihnen, liebe Frau Schmidt, und Ihren Mitarbeitern, die im Vorfeld so viel organisiert haben und auch den heutigen Raum, das heutige Foyer so wunderbar gestaltet haben. Herzlichen Dank an Sie. Herzlichen Dank an Sie. Herzlichen Dank an Sie.